Der besten Acht. Das ist alles Schnee von gestern. Inzwischen krebsen die Hamburger am Tabellenende herum. Und da, wo sie eigentlich hinwollten in der Meisterrunde, nämlich, da stehen inzwischen schon zwei andere Nordclubs, nämlich Nordhorn und Braunlage. Die spielten beide heute in Nordhorn gegeneinander, also ein bekommender Test für diese Meisterrunde. Wer denn schon besser in Form ist, das weiß Wolfgang Bierichel. Eigentlich darf hier kein ungebetener Gast rein. Schon gar nicht vor Spielbeginn. Aberglaube ist das. Aber heute gab es mal eine Ausnahme, denn die Grafschafter Ritter, wie Nordhorns Eishockey-Krex genannt werden, haben die Meisterschaftsrunde erreicht. Die Runde der besten Acht in der Bundesliga. Also bitteschön. Und das kleine Wunder möglich machte dieser Mann, Anton Weisgerber, ein Deutschrusse, 48 Jahre alt. Als er im Oktober die Mannschaft übernahm, holten die Nordhoner Ritter 36 Punkte in 16 Spielen. Wurden Mannschaft der Stunde. Also was gab es erst den herzlichen Glückwunsch zum Bereichen der Playoffs? Für Sie auch überraschend? Nein, eigentlich nicht. Wir haben sich sehr, sehr vorbereitet. Und eigentlich haben wir in der letzten Zeit von Anfang sehr viele Spiele gewonnen. Und das ist keine Überraschung, dass wir im Playoff drin sind. Heute letztes Spiel ohne Mike Miller. Ist das ein großes Handicap für Sie? Ja, der Mike. Normalerweise für mich fehlt da ja. Weil der ist unser Torjäger. Das ist klar. Aber die anderen sollen beweisen, dass wir ohne Mike auch das Spiel gewinnen können. Und der Empfang natürlich überschwänglich. 2500 auch zum Abschluss der Punktrunde hier in der Eissporthalle von Nordhorn. Wenn man so will, eine kleine norddeutsche Erfolgsfete. Denn auch Braunlage qualifiziert für die Playoffs nach ihrem 5 zu 2 Sieg gegen Neuwied am Freitag. Tabellen 6. gegen 7. Nordhorn kontra Braunlage. Und die Nordhorner von links nach rechts furios. Sven Gehrig ist das. Gute Abwehr von Corrado Mikalev, die Mitaliener im Tor von Braunlage. Gute Stimmung zum Anfang. Corrado Mikalev, letzte Saison bester Torwart der Regionalliga Nord. Fast 40 Jahre alt ist er inzwischen. Und wie gerne wäre er dabei gewesen, Torjäger Mike Miller. Vier Spiele ist er gesperrt. Von vier Spielen in dieser Saison hatten die Braunlage nur eines gegen Nordhorn gewinnen können. Das merkte man. Ronald Gaudet. Erste gute Chance der Mannen aus dem Harz. So etwa nach 5 Minuten. Dann hatten sie endlich ihre Nervosität abgelegt. Offener Schlagabtausch mit Nordhorner Überlegenheit. Und dann ging's zur Sache. Norddeutsche Keilerei. Typische Rivalität der Tabellennachbarn. Steffen Zische erwischt er. Zwei Minuten Strafe wegen Stockschlagens. Steffen Zische, der Sohn des legendären DDR-Nationalspielers. Braunlage also in Unterzahl. Aber das hatte keine Konsequenzen. Im Gegenteil. Robert Breziner. Und das 0 zu 1 nach 11 Minuten. Sicherlich überraschend nach dem bisherigen Spielverlauf. Robert Breziner, ein ehemaliger Nationalspieler. Braunlage 1. Nordhorn 0. Eine schöne Einzelleistung. Kurze Täuschung. Und Nordhorns Torwart Belitzki auf dem falschen Fuß erwischt. Nur zwei Minuten später. Die Nordhorner. Befreiungsschlag aus dem eigenen Drittel. Mikalev schlägt zurück. Genau auf den Stock von Kasperczyk. Und Peter Quasigroch das 1 zu 1. Freudenausbruch bei Trainer Anton Weisgerber. Riesenbegeisterung unter den 2500 über Nordhorns erste Sturmreihe. Zuspiel Kasperczyk. Und Quasigroch braucht nur noch hinzuhalten. Sehr schön herausgespielt. Das 1 zu 1. Powerplay. Braunlage in Unterzahl. Nordhorns dritter Sturm auf dem Eis. Und das 2 zu 1. Markus kämpft, der umjubelte Torschütze. Überzahlspiel hervorragend genutzt. Schauen Sie selbst. Im Nachschuss Markus kämpft. 2 zu 1. Das auch das Ergebnis nach dem ersten Drittel verdient. Taktische Anweisung für den 2. Abschnitt. Anton Weisgerber. Ohne Mike Miller und ohne Schubert und Schudinov. Da musste er immer mal wieder an Erklärung abgeben. Dann schauen Sie links oben am Tor. Da regierten plötzlich die Fäuste. André Terjukin und Maurice Limay gerieten sich da in die Haare. Drei Minuten brauchten die Unparteisten, um wieder für Ruhe zu sorgen. Beide Spieler bekamen je zwei Minuten Strafe für übertriebene Härte und je zehn Minuten für unsportliches Verhalten. Aber dann hatten sich die erhitzten Gemüter wieder beruhigt, obwohl die Atmosphäre giftig blieb. Nordhorns erste Sturmreihe auf dem Eis. Und das 3 zu 1. Fünf Minuten in diesem zweiten Drittel gespielt. Torschütze JJ Kasperczyk. Torwart Mikalev ohne Chance. 3 zu 1. Es sah gut aus für die Nordhorner, obwohl sie ohne ihren Star Mike Miller spielten. Braunlage aber steckte nicht auf, wurde gleichwertig. Und das der Anschlusstreffer. Da sah Torwart David Belitzki nicht gut aus. Eine halbe Stunde gespielt und nur noch 3 zu 2. Anton Krinner, der Torschütze. Nordhorn hatte einen Spieler weniger auf dem Eis und Braunlage nutzte auch das Überzahlspiel konsequent. Und dann gingen sie wieder aufeinander los. Die Schiedsräte hatten wahrlich gut zu tun. Allein in diesem zweiten Drittel gab es 46 Strafminuten gut verteilt. 22 für Nordhorn, 24 für Braunlage. Und währenddessen nahm sich Trainer Anton Weisgerber nochmal an der Interlude ging zur Brust. 3 zu 2. Es war noch alles drin in diesem Spiel. Das letzte Drittel. Kasperczyk. Und wieder Teufelskerl Corrado Mikalev. Offener Schlagabtausch jetzt. Ron Godet, der Beste bei Braunlage. Und David Belitzki, beide Torwarte unter Dauerstress. Peter Geiler, der Trainer der Braunlage. Einer der wenigen Deutschen. Heiß umworben, aber er will im Harz bleiben. Bulli im Drittel der Nordhorner. Und drei Minuten vor Spielende der Ausgleich. 3 zu 3. Torschütze Maurice Limay. Toward Belitzki entsetzt. Der Treffer haltbar. Genau zwischen die Schone. 3 zu 3. Den Sieg so dicht vor Augen. Und dann dies. 3 zu 3. Das bedeutete Verlängerung. Fünf Minuten. Trainer Anton Weisgerber verärgert. Verständlich. Godet. Zu spür auf Krinner. Und nicht zu glauben. 3 zu 4. Anton Krinner. Sein zweites Tor. Braunlage gewinnt in Nordhorn überraschend. 4 zu 3. Mit etwas Glück. Für wahr. Trotzdem Nordhorn vor Beginn der Meisterrunde. Einen Punkt besser als Braunlage. Aber das war an diesem hektischen Abend das einzige Trostlaster. Und das sind die Ergebnisse. Die Krokodiles Hamburg kommen kräftig unter die Räder. In Düsseldorf. Neuwied schlägt den Spitzenreiter aus. Essen 4 zu 3. Grefreit Iserlohn 4 zu 3. Nordhorn haben wir gesehen. Freiburg schlägt Erding 5 zu 0. Heilbronn unter die Grießersee 3 zu 4. Bad Töl schlägt Bad Nauheim den zweiten 3 zu 2. Und Weißwasser unterliegt Ingolstadt 2 zu 3. In der Tabelle vorn. Essen, Bad Nauheim und die DEG. Bester Klub aus dem Norden auf Rang 6. Nordhorn. Dahinter Braunlage. Beide qualifiziert für die Meisterrunde der besten 8. Die auch nichts zu bestellen haben, die Krokodiles aus Hamburg. Das sehen wir, wenn wir da ganz weit nach unten blättern. Da sind sie auf Rang 14.